Mein Name ist Dr. Uwe Bergwold. Ich freue mich, dass ich dieses Jahr wieder auf der Edelmetallmesse als Referenz sein darf. Wir haben ja zwei Jahre lang jetzt keine Messe erlebt und ich denke, wir haben aktuell eine historische Situation. Weltweit, politisch als auch wirtschaftlich. Das bedeutet, wie gesagt, für Gold, für Edelmetalle, Gold als Versicherung für ihr Vermögen, ist es absolut wichtig, in der aktuellen Zeit Gold zu besitzen oder auch andere Rohstoffe, wenn möglich. Für mich ist eins klar, wir werden in diesem Jahrzehnt, erleben wir auch Rohstoffjahrzehnt, sprich neben Gold, neben Edelmetallen auch andere Rohstoffe. Aufgrund von Inflationsproblematiken, die zunehmen werden, werden in diesem Jahrzehnt ganz klar die Rohstoffe einmalig outperformen, die anderen Anlageklassen. Gold stellt hierbei das ultimative Gold dar, der ultimative Nullpunkt, mehr oder weniger, wie gesagt, die Versicherung seit 3000 Jahren. Und wie gesagt, mich freut es hier, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei sein darf. Und ich hoffe, es ist sehr viel Information für die Zuseher dabei, vielleicht auch neu. Ich habe gestern gehört, dass doch ein sehr reges Interesse auf der Messe war. Ich freue mich jetzt auch noch auf meinen Vortrag und wie gesagt, hoffe dann, die Leute nehmen es wohlwollend auf und bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank.